Blut im Urin ist immer ein Warnsignal, insbesondere wenn keine Schmerzen aufgetreten sind, also bei einer schmerzlosen Hämatorie. Im schlimmsten Fall kann nämlich da eine Bösartigkeit, zum Beispiel ein Blasentumor oder ein Nierentumor dahinter stecken und den sollte behandelt werden. Als erstes wird man neben der gezielten Befragung eine Ultraschalluntersuchung machen, die Niere sich ansehen, die Blase ansehen und dann wird man die Blase auch ausspiegeln müssen, eine Zystoskopie durchführen. Das kann man heute auch mit einem flexiblen Gerät machen, sodass es wenig schmerzhaft ist. Das kann man ohne größere Betäubung durchführen und dann kann man die Schleimhaut, die Oberfläche der Blase, sehr gut beurteilen und den Verdacht stellen, dass da eine Bösartigkeit vorherrscht oder nicht. Man wird durch die Harnröhre dieses Gewebe entfernen, man wird es resizieren. Auf diese Art und Weise kann man dann auch einschätzen, welche Größe der Tumor hat und welche Bösartigkeit vorliegt. Im schlimmsten Fall müsste man dann auch die Blase entfernen, wobei es da heute sehr gute technische Möglichkeiten gibt, auch eine neue, eine Kunstblase einzusetzen, sodass die Lebensqualität für den Patienten völlig erhalten bleiben kann.